und wiederbeleben und alter hier, what the fuck, das ganze lager ist mit gegnern euch vernichten, ja mach ich schon, dann solls weg, komms boah, Eis mit Bratwurstgeschmack, das wird doch auch mal, what the fuck, Bacon-Eis, oh ja, Bacon-Eis jetzt erinnere ich mich doch nicht wieder an die Bratwurst, Alter, von gestern ohne Spaß, wenn es Bratwurst-Eis gibt, dann probiere ich es zumindest ja, wenn du mal geile Sorten an Eis probieren willst, musst du nach Florenz, da gibt es so ziemlich alles er wird sich verarschen, ich wollte meine Rüstung reparieren, meisterjubelierin, hat die nur irgendwie, ja, die hat bestimmt wahrscheinlich nur 30 Milliarden, ja, die hat 30 Milliarden Rezepte, die ich alle noch nicht habe, ach, hier kann man, lol, nice, oder wird mir, ah doch, ihr kennt diesen exklusives, ja, die Sachen kann ich ja mal lernen, ne, ich mein, zack, gibt sie auch mit einem Buch auf dem Kopf, so, können wir uns doch direkt das Buch holen, ja, Moment, äh, vor der Stufe 80, Moment, aber lernen kann ich das doch, oder? Eure Stufe ist schon niedrig, ja, ich will das auch nicht machen, ich will das nur lernen, du, Knallkopf, eure Stufe ist schon niedrig, ja, ja, blabla, ich habe gerade andere Sachen zu tun, erstmal einen Kuchen essen, so, damit Gegenstände lagern, wo sind wir eigentlich? So, hier ist auch noch eine Quest, geht's jetzt hier, äh, wo ist hier, Moment, muss man noch den Wegpunkt holen, hast du, du meinst, die Sehenswürdigkeit, da ist nur eine, ne? Äh, äh, ja, unter anderem, und da ist halt die Herzquest auch, als ne, ach ja, stimmt, und die habe ich gar nicht gesehen, ne, 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 ohne Spaß, die Spinne gibt mir auch gesagt, ich nehme zwar dann, dass ich spinne, Bams, die Spinne tauschen wir jetzt, die ist zwar eigentlich ganz cool, so zum Routen, ich nehme jetzt den, 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 Art nach Bams. Erstmal mit den Bären draufknüppeln, hier. Und, komm, wir können zurück, dass wir und machen. So, wir sind mit den, 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 den. Hülek am Leben 3. Oh, das ist auch nicht gut. Der heißt wieder... Oh, Leute, der springt ja schon durch die Gegend. Champion, auferstandener Megalodon. Herzlichen Schiss vor uns. Hier, wird mal groß da, großer Adler. Hört's dir cool aus. Warum ist der nicht immer so groß? Groß? Der wird ja größer, wenn ich mein... ...mein Siegel der Waldgeister benutze. Okay. So macht der mir Damage oder sowas. Ah ja, Stabilität kriegt der auch noch. Das ist wahrscheinlich auch nicht schlecht. Yay, und jetzt kommt das Event. Da geht er noch weiter wahrscheinlich, ne? Mit dem Boss. Das ist der gleiche im Letzten? Ne, das ist ein anderer, oder? Watt meinst du, den Hai? Ja. Äh, das ist der gleiche. Sicher? Würde ich jetzt einfach mal so frech behaupten. Ach, wieso hab ich denn jetzt den Moa angeschossen? Blöder Affenkopf. Ja gut, aber das ist ein Event. Also wenn man das Event noch macht, das Ding ist halt, dann kriegt man noch mehr XP, ne? Als wenn der einfach nur so mal gefehlt wird. Okay, dann zieh' ich den mal hier hin. Komm mal hier hin. Auscher Reichweite? Komm mal an Land, du Arsch. Wobei, der ist Stufe 56, war der nicht letztes Mal höher? Ich sag doch, dass das ein anderer ist. Ich sag doch, dass das ein anderer ist. Ich sag doch, dass das ein anderer ist. Ich glaub's ja. Nein, komm mich auf mich zu, komm mich auf mich zu. Der One-Hill tut mich. Mein Panzerfisch ist kaputt. So mal den, den, den anderen Fisch nehmen. Gott, kann ich den nie wieder bilden. Aua, aua, nicht zu mir. Hau ab. Auch mal einen Stromschlag. Bist. Au, alter, One-Hit. Bist du down? Ja, er frisst mich. Schwimmt zur Oberfläche, ne? Problem auch. Ja, da hat sich gerade einer wiederbelebt. Jupp. Danke. Wunder, wie ich tritt hier doch. Ach, der, wie er sich immer am Rumbacken ist. Schwimmt zur Oberfläche? Ja, okay. Sollen wir den nicht doch mal hier Richtung Land ziehen und dann knüppeln wir mit dem Bogen auf? Das geht nicht ganz gut. Ich brauche Hilfe. Lol, wieso ist der jetzt wieder voll? Nein, wir haben den geglitscht. Ich habe Wunder. Okay, das ist natürlich jetzt irgendwie dumm gelaufen. Ja, sicher. Oh, lol, an Land schwimmen ist nicht drin, oder was? Mein Tiergefährte ist schwer verwunden. Okay, also den vom Land aus beschießen ist doch keine gute Idee. Oh, ich habe hier noch gar nichts ausgewählt, ich trottel. Oh, das ist eigentlich ganz gut gerade. Nein, nicht an Land ziehen. Nein. Ja, super, hat ja mit dem Schutz bestens geklappt, ähm. Ich glaube, der schlägt mich mit seinem Schwanz, der Drecksack. Penis-Slap? Stehe ich überhaupt nicht drauf. Das schaffe ich nicht allein. Wir hatten ihn doch eben schon relativ weit runter. Das heißt weit, aber... Er ist ja leider resettet worden. Der hat auch irgendwie am Anfang mit Dämmisch gekriegt. Tja, will ich die Farbe haben? Also... Boah. Ich bin schon wieder kaputt. Ich brauche Hilfe. Das schaffe ich nicht allein. Jetzt hau mal ab, lass mich in Ruhe. Ich bin wütend. Ja, ich bin wütend. Das hat die schon wieder so viel Dämmisch gekriegt. Wie kommt das denn her? Alles raus. Bäm. Ja, genau. Da bin ich schon wieder fast kaputt. Ich bin weiter nach hinten gehen. Also weiter hinten aufhalten. Und zwischendurch mal die Heilsphäre benutzen. In deinem Fall. Ja, jetzt kann ich die auch wieder aktivieren. Oh, Delilah ist down. Na komm, der kann nichts mehr. Also, der zwingt den Auferstandenenhalten. Bums. Yes. Boah, immerhin knappen Balken. Was gibt es denn? Faule Piratenhandschuhe. Ja, okay. Von mir aus. So, was muss man denn hier machen? Räumt die Überreste der Auferstandenen an der Westküste weg. Überreste der Auferstandenen an der Westküste weg. So, dann da. Oh, das ist besser. Dann schleudern wir jetzt Speere. Speere? Ja, Speere. Ja, aber was ist hier mit der Herzquest gemeint? Und Totenleiche. Ah, hier oben. Und Totenleiche ist auch geil. Wo bist du denn? Hier oben. Ach so. Ich mach grad die Herzquest zu Ende. Oder hast du die schon komplett? Nee. Äh, zur Hälfte. Ja, bei mir auch. Deswegen. Captain Caps war wieder aktiv. Was müssen wir hier mal machen? Die Auferstandenen haben den Schimmelverhalten. Hä? Und die Überreste der Auferstandenen an der Westküste weg. Hier, so eine Untotenleiche, sagst du. Erstmal verbrennen. Genau, verbrennen. Und danach, was geil ist, das steht die wieder auf und du musst sie wieder verziehen. Hatt! Ich hab, das ist so eine Untotenleiche, ist schon einmal mal geil, aber dann steht sie halt wieder auf. Das ist halt... Weiß ich nicht. Nämlich kriegst du morgens auch nur wach, wenn du mich anzündest. Ohne Spaß. Ich verliere ich beim nächsten Mal. Alter, warum hast du mich angezündet? Hast du letztens noch gesagt. Dennis, wir müssen wieder umziehen. Der Basti hat dich da zu Hause angezündet. Was ist denn das hier alles? War das eine Leichenfliege? Ja, das ist auch so geile Leichenfliege. Oh, die Hände bauen einiges aus. What the fuck? So. Wo ist die nächste Leiche, die ich fledern kann? Oh, ich hab leider einen Riesen... ...gefledert. Oh Gott. Ja, komm, vergiftet. Dann machst du das nicht mehr. Wo ist denn meine Leiche? Da ist eine Leiche und ich glaub, ich sollte euer Wechsel. Und Totenleiche. Bam, ab ins Wasser. Wie frech. Das wird jetzt nicht einfach mal zurückgefordert. So, noch einen, hau' ich. Ja, ich brauch nur so drei, vier. Okay, der brennt. Aua. Hier, Last Tuat, der hat mich gehauen. Oh, oh. Oh, oh. Ja, ich hab' ich... Ja, scheiße auf deine Heimat, die haben auch schon verteidigt. Piuu. Ein Stück Krebsfleisch. Boah. Boah. Einmal Kackiges sammeln. Ähm. 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 Mehr Leichen. Noch noch mehr Leichen. Oben musst du noch suchen. Oben auf dem Hügel. Wir essen Leichen. Ah, 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 ah. Der Schmerz ist weg. Ah, erstmal weg. Boah, so ein, zwei. Alter, was ist das für eine komische Flötenmusik hier? Jawohl, erstmal einen Arm aufheben. Wirst du dir auch? Ja, ich glaube, das ist einer der... Hä? Lol. Wem lauschen wir denn da? Ja, hier, die steht hier direkt neben mir. Ich will auch Musik machen können. Das ging, glaube ich, bei... Boah, wo ging das denn noch? Bei, bei, bei. Hä? Der Ringer Online, genau. Da konntest du als Bardi die unterschiedlichen Instrumente nicht nur zum Kämpfen benutzen, sondern auch zum Musik machen. Das war echt fett. Da gab's, ähm... Komplette Orchester, die an zusammengestellt wurden. Ich denke schon. Also, da gab's dann auch so Tabs, ähm, zu welchen Lieder du wann was drücken musst. Das war schon fett. Okay. Wie cool. Ich hab auch genau den richtigen Tanzstil dazu, ey. Hahaha. 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 Die sieht so ein bisschen aus wie so ein Anime-Charakter. Alter, und jetzt packt die die Fleischpeitsche aus. So, aber ich wollte noch mehr Leichen flattern. Untoter Arm ist hier. What the fuck. Ja, den hab ich auch aufgenommen. Ich schmeiß gleich mit untoten Sachen rum. Die untote Leiche. Da ist doch noch ne Leiche. Glems. Oh, hier hast du den untoten Arm. Bums. Achso, dann vergiftest du gerade. Au. Au, mein Bein. So, jetzt geht's gut. Nice. Lol. Noch Vergiftungsschaden bekommen. Oh, oh. Ah. Alter. Gesundheit. Entschuldigung. Hier, ich würd sagen, der Nächste ist noch der da unten. Der braucht mir viel Sehenswürdigkeit. Äh, bitte was? Hab ich nen Punkt gemacht. Aufs Kärtchen. Ach, da. Ach, Jo. Ich renne. Das war Straßmusik live. Ja. Aber schön. So, nochmal einen Baum hacken hier. Hier unten ist sogar noch ne Herz-Quest. Äh, helft zuat... zuatien? Ja, erstmal wieder Bäume hacken. Boah, da geht geil. Da kann ich zweimal draufhacken. Okay, ich hab schon mal ein Feuer angezündet. Ah, hier war auch ein, äh, ein Dingsposten. Genau. Deswegen bin ich hier hingegangen. Helft Kuadinti, die Gefahr durch die Untoten zu bannen und macht die Verbündeten auf die verzweifelte Lage der Hülek aufmerksam. Das hört sich jetzt so an, wie bei, äh, wie bei, äh, Nino Kuni, das, äh, das Vieh, du hast das grad vorgelesen. Okay, echt? Ja. Begrüßen, nein. Begrüßen, nein. Ich denke, wir müssen die darauf aufmerksam machen. Ich mach dir die Feuer, ja, du musst die Feuer anmachen. Ach so, mein Nieders. Du musst mit denen reden und sagen, hier, Junge, äh, Kacke ist am Dampfen. Hier legen wir bald so Feuer, so, 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 Lagerfeuerdinger rum. Die machst du einfach alle an, so, hab ich das Gefühl. Signalfeuer, ja, ich denke, es ist ein Style, komm, wir auch mal an. Bums, noch mehr Crit. Da oben ist noch so ein Feuerchen. Der Fleischstör, Fisch, Fischkadaver. Oder dort ja, ewig. Ja. Was kann der Skull denn da? Gehört der mit zur Quest? Glaub schon. Alter, lauf doch nicht weg, lass dich töten. Irgendwie glaub ich nicht, dass er dazu gehört. Rosa Moor. Feuer, da ist noch ein Feuer. Das Platinerz, das können wir auch noch schnell einsacken. Hacken und Hacken und Platin. Bum, bum. Stolperfallen noch alle. Da war kein Element.